Jo moin Leute, herzlich willkommen zu DEL 2, DEL 2, Saison 20, 22, 23, sechster Spieltag, Predictions, los geht's, alle Spiele live, auf Sprade TV, heute um 17 Uhr. Bayreuth Tigers gewinnt 3-2 gegen ESV, kauft Beuren. Dann EV Landfut gegen Lausitzer Füchse, 1-3 für die Füchse. Dann Heilbronner Falken, Verlehen gegen die Eispiraten, Gewinnen gegen Eispiraten, Krimitschau mit 3-6. Dann um 18.30 Uhr, EC Bad Nauheim gegen Dresdner Eislöwen. 3-5 für Dresden. Die Ravensburg-Towerstars unterliegen zu Hause die Selberwölfer, 1-2. Die Krefeld-Bingoiner verliehen gegen Kasselaskis mit 4-6. Und am 6.11. um 18.30 Uhr ERC Freiburg gewinnt zu Hause gegen Eisbären Regensburg 3-2 nach Overtime. So, das war's vom 6. Spieltag mit den Predictions der DEL 2 Saison 20, 22, 23. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst einen Daumen hier nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen, das nicht vergisst und sagt die Wien, dann verpasst ihr. Keine Benachrichtigung auf diesem Channel und bis deiner Guthockey. Ciao!